Die wollten eine Vereinbarung mit den Kroaten haben, dass sie nur 2.500 Leute pro Tag über die Grenze bringen. In der Nähe der Grenze haben wir drei bis vier Waffen, die hier in unseren Ländern produziert wurden, ihre Häuser zerstört und ihre Familien zerstört wurden. In dieser Woche haben wir an jeder Grenze Flüchtlingshilfe geleistet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017